Der Wildschinau-FM-Adventkalender. 24 Weihnachtsgeschichten von Franziska Meier wird präsentiert von Sandbichler Meereisernshop und Lillis Coffee & Wine. 24. Dezember. Und dann war er endlich da. Der 24. Dezember, der heilige Abend, der Christkindletag. 25. Oma, Mama, Opa und Papa waren gleich in der Früh in die Kirche zum Rorateamt gegangen. Für diese Messe am Morgen hieß es sehr früh aufstehen. Sie begann schon um 6 Uhr. Aber die Kirche war ganz voll, obwohl es ja noch dunkel war. Fridolin und Joachim durften in ihren Betten bleiben und den ersten Ferientag genießen. Im Anschluss an die Messe bildete sich eine lange Schlange von Menschen vor der kleinen romantischen Bäckerei, die sich neben der Kirche befand. Jeder wollte frisches Brot nach Hause mitnehmen. Semmeln und Croissants, Kornspitze und Laugenstangerl dufteten um die Wette. Zu Hause angekommen, staunten die Eltern, dass Fridolin und Joachim schon wach waren. Aber die wollten unbedingt wissen, ob die Eltern schon irgendetwas vom Christkind mitbekommen hätten. Oma war sich sehr sicher, dass sie das Christkind gesehen hatte. Zumindest ein bisschen. Es hätte im Dunkeln ab und zu etwas aufgeleuchtet. Das war wohl das eine oder andere von den vielen Engelchen, die natürlich emsig durch die Gegend flogen, um dem Christkind zu helfen, alle Bäume zu schmücken und den Kindern die Pakete unter den Christbaum zu legen. Vielleicht konnten sie manchen Kindern all ihre Wünsche erfüllen. Nur wenn einige Kinder allzu viel auf den Wunschzettel geschrieben hatten, dann würden sie vielleicht ein Geschenk an ein anderes Kind bringen, das bescheidener gewesen war. Fridolin und Joachim hatten natürlich auch einen Wunsch gehabt. Nur einen, aber schon einen recht großen. Die beiden wünschten sich Skier. Im Dorf gab es nämlich auch einen kleinen Skilift. Der wurde zu Weihnachten aufgesperrt und dort wollten sie dann zusammen mit den anderen Kindern wieder zum Skilaufen gehen. Die alten Skier waren zu kurz, die würden dann andere Kinder bekommen, die noch ein bisschen kleiner waren. Die meisten von ihnen konnten schon recht gut Skilaufen, aber das haben sie auch schon gelernt, als sie vielleicht drei Jahre alt waren. Als sie in die Stube gehen wollten, war diese verschlossen. Sie glaubten jetzt auch, ein leises Rascheln zu hören und ihre Aufregung und Vorfreude kannten keine Grenzen. Nach dem Frühstück versuchten sie sich, die Zeit zu vertreiben, aber allzu weit wollten sie nicht weg vom Haus, bloß um ja nichts zu verpassen. Sehen konnten sie nicht, was in der Stube geschah, die Vorhänge waren zugezogen. Der Baum musste in der Stube sein, nachdem er vor dem Haus nirgends mehr zu sehen war. Irgendwie verging die Zeit besonders langsam, aber um drei Uhr würden sie ja auch noch die Kindermette besuchen. Zuerst gingen sie zur Krippe, dieses Mal lag auch das Jesuskind in seinem Strohbettchen. Es war eine sehr schöne Andacht. Michaela und Theresia spielten auf der Querflöte. Da hatte Rektor Josef auf der Orgel, die Lehrerinnen und alle Kinder sangen mit Begeisterung die Weihnachtslieder. Auch Stille Nacht durfte gesungen werden, war das schön. Als sie wieder zu Hause waren, hatte Vater eine kleine Pfanne mit Kohle und Weihrauch hergerichtet. Die Kohle wurde dann zum Glühen gebracht und der Weihrauch zog mit seinem wunderbaren Duft durch das Haus. Im Ofen prasselte das Feuer, es war sehr gemütlich und das ganze Haus mit Vorfreude erfüllt. Dann durften die Buben mit ihrem Vater beim Räuchern mitgehen. Ein wunderschöner Brauch. Alle Räume im Haus, sogar der Stall und die Tiere wurden gesegnet und mit Weihrauchduft durchzogen. Im Anschluss ging man rund ums Haus, Vater voran, die Buben hintendrein. Ein Gebet, heilig, heilig, heilig ist der Herrgott, Himmel und Erde sind von seiner Herrlichkeit voll, Hosanna in der Höhe wurde immer wieder gesprochen. Und so umrundete man das Haus dreimal. Immer wenn die Buben am Stubenfenster vorbeikamen, sahen sie das eine oder andere Licht. Sie sahen Schatten vom Christkind beim Anzünden der Kerzen. Bei der zweiten Runde war es schon wesentlich heller und bei der dritten Runde konnte die Kinder nichts mehr halten. Vater ging einfach zu langsam und sie liefen an ihm vorbei ins Haus, hörten ein Glöcklein läuten und riefen laut, jetzt ist es da, das Christkind ist gekommen. Wer öffnete jetzt die Stubentür? War das aufregend. Die Mama war es dann, die aufmachen durfte. Hell erleuchtet von den Kerzen am Baum, erstrahlte die Stube. Rote, weiße und goldene Kugeln glänzten um die Wette. Kleine Schaukelpferde und Engel, Vögelchen und viele Süßigkeiten tummelten sich am Baum. Auch Lametta und sogar Engelshaar konnte man bestaunen. Jedes Jahr blieben das Christkind oder die Engel am Baum ein bisschen hängen und verloren ein paar Haare. Und am meisten strahlte der Weihnachtsbaum selbst. Das kleine, gar nicht so perfekte Bäumchen vom Wald war nun wohl der allerschönste Weihnachtsbaum im Dorf. Ganz oben war ein großer Strohstern angebracht und Fridolin und Joachim, aber nur die zwei, hörten den Christbaum Danke sagen. Danke, dass ihr mich mitgenommen habt. Dann standen sie alle nebeneinander vor dem Christbaum und sangen laut, stille Nacht. Mama mit ihrer glockenhellen Stimme, Großvater brummte lautstark mit und die anderen fügten sich ein, jeder so gut er halt konnte. Danach durften die Pakete, die unterm Baum lagen, geöffnet werden. Schön waren sie, in rotem und blauem Sternenpapier verpackt. Zwei Pakete waren besonders lang. Fridolin und Joachim hofften, dass genau das drinnen war, was sie sich gewünscht hatten. Und so war es dann auch. Zwei wunderschöne Paarskier kamen zum Vorschein. Genau die gleichen, sodass nicht die Gefahr bestand, dass ihnen ein Paar besser gefallen würde. Das passte wunderbar. Schließlich waren sie Zwillinge. Es gab auch Stöcke dazu und für beide noch einen Winterpullover. Mama, Papa, Opa und Oma bekamen wesentlich weniger, aber sie schienen alle sehr zufrieden. Fridolin und Joachim hofften sehr, dass sich die Kinder im Waisenhaus jetzt auch ganz fest über ihre Geschenke freuten. Und es war ein wunderbares Gefühl, dass sie nicht nur an sich, sondern auch an andere Menschen gedacht hatten. Großfidenhof Das ist ihr ließlich. Ich weiß es nicht nur, weil es auch nicht ganz fast über her ist. Mann parach überbrechen, ist es also nicht mit dem B Untertitelung des ZDF, 2020